Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Sonne. Wir haben die Ohana Farm erreicht und wir haben jetzt hier die Möglichkeit einmal ein neues Pokémon zu fangen. Nebenbei haben wir auch eine Ergänzung für unsere Pokémon-Mobil-Funktion erhalten und zwar das Pokémon Bispark. Mit diesem Pokémon kann man ja nach versteckten Items suchen und diese dann auch viel schneller finden, so wie in diesem Falle. Sprudel, nice! Okay, ich möchte erstmal ein Pokémon fangen, da ich im letzten Part zwei Pokémon verloren habe und außerdem haben wir einen neuen Bereich erreicht, in dem wir wiederum ein Pokémon fangen können. Ach was, Yorclad, die allererste Stufe von Bispark. Interessant, Level 14. Okay, AlolaDicta ist ebenfalls auf dem 14. Level. Ich setze mal Intensität ein. Mal gucken, welche Stufe erreicht wird. Ei, ei, ei. Okay, immerhin. Ich bin am überlegen, ob ich noch einmal Intensität einsetzen sollte. Ja, ich glaube verkehrt wäre das nicht. Es wäre nur tragisch, wenn ich jetzt Yorclad besiegen würde. Das wäre ein bisschen, ne? Ei, ei, ei. Okay, aber die Intensität hat diesmal eine sehr, sehr geringe Stufe erreicht. Ich würde vorschlagen, dass ich Metallklau einsetze. Ich glaube, Yorclad kann das noch aushalten. Beide Pokémon sind auf dem 14. Level. Daher. Yeah, okay, immerhin. Ach ne, es ruft jetzt Hilfe. Hör doch auf. Bitte nicht. Nice. Es ist keine Hilfe aufgetaucht. Ja, sowas kommt auch hin und wieder mal vor. So, Flottball. Ja, hätte ich dann von Anfang an einsetzen sollen. Aber, kommt. Wir haben Superbälle am Start. Ich habe noch Alula Mautzi dabei. Das bedeutet, solange es noch ein Team ist, kann ich vielleicht von der Fähigkeit mitnehmen profitieren. Ja, Alula Mautzi hat im letzten Part verloren. Das war auf jeden Fall, na, bitter, bitter, bitter. Okay. Jetzt haben wir einen Yorclad am Start. Okay. Nice. Registrierung findet statt. Yorclad, Yorclad 120. Akala, es jaut nicht, weswegen es bei Trainern, die in Apartmenthäusern wohnen, ein sehr beliebtes. Aha, okay, interessant. Ja, ich möchte dem Yorclad einen Spitznamen geben. Und zwar Eulchen. Ich glaube, dieses Pokémon lager ich erstmal in der ersten Box ab. Und wenn wir dann, ja, wieder vor einem PC stehen, kümmere ich mich dann schnell darum. Vielleicht können wir sogar in diesem Part, ja, ein sehr, sehr cooles, ich weiß nicht, ob ich dazu Item sagen sollte. Das ist ja kein Item. Ich sage mal so, wir könnten eventuell in diesem Part etwas Tolles bekommen. Das reicht. Das, was wir jetzt bekommen werden, eventuell in diesem Part, ist kein Item. Nein, Mann, was red ich da. Gut, Shot-Item könnte ich jetzt wieder aktivieren, damit wir hier erstmal unsere Ruhe haben. Und Rokara hat auch verloren im letzten Part. Übel, übel, übel. Ja, war nicht so gut. War nicht so gut. Da habe ich keine Shot-Items mehr. Ach, bestimmt ganz unten. Da, ich habe das voll übersehen. Mist. Ich brauche super Shot-Items. Die sind viel besser. Aber Alula Dicta ist jetzt gerade am Lieden des Öfteren. Gar nicht mal so verkehrt. Was ist eigentlich mit Zubat? Ui, Zubat, um dich habe ich mich ja gar nicht gekümmert. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Part machen sollte. Ich kümmere mich erstmal hier um Rommel, Alula Dicta und Magnetido. Nach diesem Part kümmere ich mich dann um Zubat. Ei, ei, ei. Oh, hier war doch irgendwo ein Trainer. Oh, hier ist irgendwo ein Item. Wo denn? Ach, wartet mal. Hier war doch ein offensichtliches Item sogar. Genau. Eta. Ja, kann man immer wieder gut gebrauchen. Oh, da kommt, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr starkes Pokémon. Auf einmal kommt Miltank. Miltank kann hier auch erscheinen. Ein Joglap. Dieses Pokémon, der Shiny-Forms zu erkennen, ist sehr, sehr schwierig, ne? In der Tat. Da muss man wirklich sehr darauf achten. Okay, ich kann fliegen. Das ist ja schon mal goldig. Okay, Bisbuck, jetzt hast du mich total neugierig gemacht. Worauf hast du denn reagiert? Doch nicht etwa auf das wilde Pokémon? Ich glaube, ich kümmere mich hier erst mal um den Trainer, weil sonst wird das Suchen ein bisschen schwierig. Ein wildes Joglap erscheint. Hey, Wommel. Are you ready for the fight? Captain Kiabe. Den will ich gerne kennenlernen demnächst. Okay, alles klar. Komm her. Oh. Kümmerst du dich gut um deine Pokémon? Ja. Also auf dieses rote Ausrufezeichen habe ich jetzt nicht gehofft gehabt. Dieses Zeichen muss hier gezeigt werden, wenn man mit Bisbuck auf der Suche nach Items ist. Erst dann steht man vor einem Item. Pampoli, Pampoli, Pampoli. Sehr, sehr schönes Pokémon. Ganz besonders in der shiny Form. Ich liebe es. Pampoli, that's the ghost key. Silberhauch ist auf jeden Fall nice. Famebrise auch. Ich setze aber erstmal Silberhauch ein. War kein Problem. Ja, das ist ja auch eine spezielle Attacke, daher ist das nicht so schlimm, wenn jetzt die Fähigkeitsfähigkeit von Pampoli wirkt. Okay, Damage-mäßig können wir da so einiges verkraften. Ja, nice. War kein Problem. Ne, Besula. Okay, was geschieht jetzt? Sollten wir aber auch, glaube ich, gut wegstecken. Achso, das ist ja keine andere Attacke. Dadurch werden ja Elektro-Attacken geschwächt. Hahaha. Pampoli Level 15, Wommel Level 14. Also wenn wir diesen Kampf gewinnen, so gibt es saftige Erfahrungspunkte für das Wommelchen. Ey, pass mal auf. Die Initiative sinkt. Ich glaube, eine weitere Silberhauch-Attacke sollte Pampoli kären. Was? Es ist jetzt schneller, weil meine Geschwindigkeit gesunken ist. Oh nein, ich vollidiot. Ätzend. Mist. Ich habe ein Pokémon aus der siebten Gen für noch. Aber ich würde so gerne die Pokémon in den Pokémon-Spielen benutzen, die auch Gen-spezifisch sind. Mist, Mann. Mist. Aber daran habe ich im Unterbewusstsein gedacht. Nur ich habe es dann noch riskiert. Doppelkick gegen ein Zubat. Gegen ein Zubat mit dem Typen Flug und Gift. Aber gut, Bodenattacken ziehen ja nicht. Absorber. Gönn dir mal einige Kraftpunkte wieder. Zubi. Nice, nice, nice. Ich glaube, Zubat werde ich doch behalten. Das bedeutet... Naja, was heißt behalten? Aber ich glaube, ich werde es doch des Öfteren benutzen. Ja, ich meine, wenn es sich zu X-Bat später weiterentwickelt, so kann das ziemlich nice werden. Es kann ja auch die Attacke kehrt werden zum Beispiel erlernen, was sehr, sehr cool werden könnte. Definitiv. Okay, ich weiß nicht, ob die nächste Absorberattacke ausreichen wird. Mal gucken. Vielleicht? Ja, doch, doch, doch. Oh, ja, doch. Okay. Alles klar. Gibi. Gönn dir die Erfahrungspunkte. Wow. Wie viele Trainer sind denn hier noch am Schlüssel? Nicht, dass die Nassauk-Challenge schon in diesem Part endet. Jetzt freue ich mich gerade sehr darüber, dass ich einen Magnetiler auf dem 18. Level habe. Es reicht wohl nicht, seine Pokémon nur zu füttern. Als Trainer muss man auch ihr Talent fördern. Aber es könnte gefährlich werden, wenn so ein Pampoli die Dampfwalze-Attacke einsetzt. Vierfachschwäche und so. Okay, worauf hast du jetzt reagiert? Oh, Mann. Jetzt find doch das Item. Das regt mich voll auf. Ah, da hinten, ne? Hier, ne? Ja, ja, ja. Hier, hier. Hier, ne? Komm schon, jetzt, Bisbark. Da. Super Schutz-Item. Schnell raus, bevor ein Pokémon angreift. Raus. Okay. Versteht ihr? Ein Ritt auf Bisbark lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden. Ja. Das weiß ich schon mittlerweile. Wow. Zwei Mogelbaums. Nicht Mogelbäume, sondern Mogelbaums. Shot-Item wird nicht mehr. Okay, hier ist kein Trainer. Haben wir hier was Busy? Aber ich glaube, ich lasse das erstmal sein. Mit dem Suchen, falls wir ein neues Gebiet erreichen, können wir mal ein bisschen rumgucken. Yorklef schon wieder. Okay, Yorklef. Du hast also voll Bock zu erscheinen. Wir fliehen. Wenn es geht. Nice. Sehr, sehr schön. Jetzt könnte etwas Spannendes passieren. Solange jetzt kein wildes Pokémon kommt. Okay. So, schaut mal. Pokémon Hort. Hier werden Pokémon-Eier gefunden. Willkommen Pokémon Hort. Trainer kann ihre Pokémon hier bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir bei den Pokémon in unserer Obhut ein Ei finden. Seltsam findest du nicht? Wenn du uns deine Pokémon anvertrauen möchtest, dann sprich drinnen einfach mit meiner Schwester. Mach ich. Dieses Meilltank ist ein sehr, sehr nettes Meilltank. Denn dieses Meilltank kümmert sich um das Teamchen. So, und hier ist auch eine lustige Stelle. Ich muss aber zugeben, ich benutze diese Ecke hier nicht. Ihr könnt hier, wenn ihr zum Beispiel Pokémon-Eier am Start habt, mit Tauros einfach Runden machen. Oder mehrere Runden machen, bis das Ei dann irgendwann schlüpft. Aber ich stelle das meistens immer anders an. Ich zeige euch das mal. Ja, jetzt muss ich mit Tauros raus. Okay, hier sind jetzt einige Trainer. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich laufe hier die ganze Zeit durch. Dann hier, dann hier. Dann drehe ich mich hier. Hier ein bisschen. Dann wieder hoch. Dann wieder da runter. Da, wo man einen Mogelbaum gesehen hat. Aber okay. Wir gehen erstmal hier rein. Denn hier befindet sich ein PC. Diesen benutzen wir kurz, um die K.O. gegangenen Pokémon einmal abzulegen. Boah, ich habe jetzt schon neun Pokémon verloren. Letzend. So viele Pokémon habe ich ja gar nicht am Start. Wommel, danke für alles. By the way, die Pokémon mit diesen Spitznamen. Ich kann sehr, sehr gerne die Pokémon nochmal nach euch benennen. Absolut kein Problem. So, und. Ach was, wir haben sogar drei. Ach, dich haben wir auch noch. Ja, supi. Mal überlegen. Ich habe ja jetzt gerade einen Flug-Pokémon am Start. Das Pokémon hat das Wesen hart. Frech. Gibt es denn sowas? Ähm. Ich brauche auf jeden Fall einen Platz frei im Team. Welchen Pokémon sollte ich denn mitnehmen? Oh. Ja, dich nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Wobei, dich nehme ich doch mit, weil dein Wesen ist mega gut, Mann. Weil ich habe ja eigentlich jetzt zwei Flug-Pokémon. Erstmal wollte ich Zubat behalten. Und später wollte ich zu Pepec zurückgreifen. Aber okidoki. So, jetzt machen wir weiter. Hier, das ist ein Alula-Slimer. Voll cool. Boah. Oh. Wieso, boah. Gibt man zwei Pokémon derselben Art und Pflege, werden schnell Eier gefunden. Wenn beide unterschiedliche Original-Trainer haben. Aha. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt, dass er es angesprochen hat. Wenn ihr möchtet, dass die Shiny-Wahrscheinlichkeit steigt. Also, dass ein Pokémon in der Shiny-Form erscheint. Dass die Wahrscheinlichkeit wiederum steigt. So ist es gar nicht mal verkehrt, zwei Pokémon aus zwei verschiedenen Ländern zu benutzen. Also, ein Pokémon aus Deutschland und ein Pokémon aus England zum Beispiel. Oder aus Japan. Ob es ihre zwei verschiedene Länder. Tuda, benutze das hier, um die Kraftreserven deiner Pokémon freizusetzen. Das kommt gut. So, von dieser jungen Dame bekommen wir die TM-Kraftreserve. Und by the way, sie... Wie machen das mal weiter? Genau. Ach, sie erklärt das auch. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber sie kann das auch. Ich besitze die Gabe, den Typ der Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typs diese sein wird. Keine Ahnung, weshalb ich über diese Fähigkeit verfüge. Aber wo ich sie schon mal habe, ne? Ich demonstriere dir mein Können gerne an einem Pokémon deiner Wahl. Okay, jetzt nicht. Oder wobei, ich muss ja meinen Pokémon nicht unbedingt Kraftreserve beibringen, damit sie einem sagt, was für eine Attacke, beziehungsweise was für ein Typ diese Attacke dann annimmt. Wenn du noch Fragen hast, lass es mich wissen. Für dich habe ich immer etwas Kraftreserve. Okay, nochmal. Genau. Ja, hast du? Oh, das dauert aber. Was passiert, wenn dieses Pokémon Kraftreserve einsetzt? Weil die Kraftreserve-Attacke hat ja den Typ normal. Würde dieses Pokémon Kraftreserve erlernen, dann wäre die Attacke vom Typ Gift. Interessant. Das ist interessant. In anderen fernen Regionen gibt es eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man seine Pokémon abgeben und sie trainieren lassen. Bei uns in Alula gibt es nur den Pokémon-Hort. Wir trainieren die Pokémon nicht und bringen ihnen auch keine neuen Attacken bei, aber im Alltag ist der Service preiswert. Und weißt du was? Wenn wir uns um zwei Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf wundersame Weise ein Ei. Und niemand weiß, woher sie kommen. Wo wir gerade dabei sind. Möchtest du dieses Ei hier haben? Habe es heute Morgen gefunden. Aber sowas von. Nice. Wir haben das erste Poké-Ei erhalten. Vielen Dank, aber zerbrich ist nicht okay? Bin gespannt, was einmal daraus wird. Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass ein Ei zerbricht, bevor etwas schlüpft. Pokémon schlüpfen aus Eiern, wenn man sie im Team umher trägt. Das liegt bestimmt an der Kraft, die von den anderen Pokémon an das Ei weitergegeben wird. Ja, deswegen habe ich mir hier ein Plätzchen freigehalten, liebe Leute. Nice, oder? Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass ich so oft wie es geht in Bewegung bleibe. Ne? Und somit kann dann das Pokémon schneller aus dem Ei heraus schlüpfen. Ich bin nur kurz am belegen, welches Pokémon er lieben sollte. Ja, ich lasse Adonadek da erstmal lieben. Magnetido ist mir ein bisschen zu stark. Zubat brauche ich jetzt nicht lieben lassen, weil wir schon kurz davor sind, 15 Minuten zu erreichen. Es wäre gut, wenn wir ein bisschen hier vorankommen und uns hier ein wenig umsehen. Du findest das Item Münz-Amulett. Okay. Plätscherhügel Avenue. Avenue Royal. Warte mal, war nicht in Usum hier irgendeine Person, die am trainieren war, oder war das auch hier? Hä? Das finde ich ein bisschen strange. Du findest das Item Heilball. Ein Augenblick. Das ist doch immer noch die Ohana Farm hier, ne? Ja, weil sonst könnte ich doch hier noch ein Pokémon fangen. Okay, dann fordern wir hier die Cowboy-Lady heraus. Das Fell am Kopf meines Pokémon glänzt zu schilden. Das hast du mir jetzt gedacht. Wie viele Pokémon hat sie wohl dabei? Zwei oder ein? Zwei. Die Züchterin Matea. Okay, alles klar. Das schockt. Pampoli vielleicht? Ne, Jorklev. Okay. An Jorklev habe ich jetzt nicht gedacht. Überhaupt nicht. Okay, Alola, Dickda. Was machen wir? Erstmal schauen wir uns das Level an. Level 14. Okay. Wie wäre es mit Metallklau wieder? Der Stauner bringt hier absolut nichts. Geist-Attacken bringen nichts gegen Pokémon. Ein Typ normal. Okay. Ich wurde erkannt. Mist. Sollte doch ein Undercover-Buch sein. Okay. Köhle Augen. Hör doch auf, Jorklev. Wir wissen doch, dass du süß und putzig bist. Okay, der Angeswert ist gerade gesunken, oder wie? Das ist aber widerlich. Ja, somit könnte sich dieser Kampf etwas in die Länge ziehen. Da beißt sich jemand durch. So, ich hab die Faxen dicke. Ich möchte jetzt in den nächsten Parts keine Pokémon mehr verlieren. Irgendwann ist auch Schluss mit Lustig. Definitiv. Metallklaue. Glaube ich, weil der Lula-Deck da gleich rausnehmen. Noch habe ich ja 17 Kraftpunkte am Start. Ist das ein Volltreffer? Ich dachte, das ist ein Volltreffer. 155 Erfahrungspunkte. Ui. Fulcano. Ui. Nein, nein, nein. Oder? Ja, jetzt erst recht. Komm, jetzt erst recht. Ich hab kurz überlegt, ob ich eine Bodenattacke einsetzen sollte. Aber irgendwann ist auch Schluss mit Lustig. Gut, jetzt habe ich ein Problemchen, ne? Jetzt habe ich tatsächlich ein Problemchen. Ich könnte zu Eulchen kurz rüber gehen. Um mich um Alula-Deck da zu kümmern. Aber wenn dann eine Feuerattacke kommt, ist das widerlich. Zuwart kann ich jetzt auch nicht allzu viel bewirken. Peppek Level 11. Ich hoffe, dass da jetzt keine Feuerattacke kommt. Also wundern würde ich mich nicht darüber, wenn da eine Feuerattacke kommt. Aber ich hoffe einfach drauf. Und wenn da eine Feuerattacke kommt, dann wünsche ich mir, dass das kein Volltreffer wird. Alles klar, Silberblick. Dadurch sinkt der Verteidigungswert. Aber Gloop war ja keine physische Attacke, ne? Daher juckt das erstmal nicht. Jetzt erstmal Donnerschock ein. Vielleicht kann ich es paralysieren. Ich hätte auch Superschall einsetzen können, aber die Attacke kann auch daneben gehen. Rui Donnerschock macht auf jeden Fall gut Damage. Auf die Stahlattacke verzichte ich bewusst, da sie ja wegen dem Team Stahl nicht so effektiv trifft. Wozu sollte ich das jetzt machen, ne? Der raucht so riskant. Schnüffler? Ja, rieche ich nicht Stahlmäßig. Gut. Weiter geht's. Und das war's dann mit Fucano. Was eventuell zu einem Problem hätte werden können, wenn ich zum Beispiel eine Feuerattacke einsetzen würde. Vielleicht hat es ja keine. Aber ist schon interessant. Level 15 Fucano. Selbst bei einer Niederlage sieht mein Pokémon so süß aus. 600 Pokédollar. Nice. Ich finde das cool, dass die Leute immer positiv drauf sind. Meistens. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier nochmal? Bis bugt. Gibt es hier vielleicht versteckte Items? Okay. Moog? Und was sagst du? Auch Moog. Na Junge? Was geht? Die Mogelbaum sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracy, Setkraft des Typs Wasser war wohl zu viel für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn sie ein Arquium-Set auch nur sehen. Ja gut, dass wir Magnetido haben. Aber sowas von, ne? Gut. Ich würde vorschlagen, um diesen Kollegen können wir uns ja auch in diesem Part kümmern. Und von hier aus geht's danach weiter. Ja, nice. Nice, nice. Okay. Sei gegrüßt, Junge auf Wendelwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Was? Okay, ich bin glücklich darüber, dass wir uns hier alles angeschaut haben. Wenn wir diesen Trainer bekämpft haben, gibt es da noch eine Person. Ich glaube, die kann man nur ansprechen. Und dann geht's weiter. Mit dem Plätscherhügel. Ein Zubiris. Nice. Giegt cool aus. Das hat die Typen Geist und Onlicht. Das hat aber auch nette Werte. Zum Beispiel der Verteidigungswert. Aber das ist doch der Spezial-Verteidigungswert. Ganz besonders in der Mega-Entwicklung. Boah. Aber vorher kann man auch krass profitieren. Aufgrund der Fähigkeit Streuch. Attacken wie Erlicht werden als erstes eingesetzt werden. Okay. Zubiris Level 15. Ich probiere mal Intensität aus. Mal gucken, welche Stufe ich erreiche. Oh, Scanner. Die andere Shot-Shield-Attacke. Intensität 4. Okay. Noch einmal. Vielleicht erreiche ich Intensität 6 oder 7. Auf einmal erreiche ich 3. Ach, Junge. Übertreib nicht. Geil. Dann wird nicht. Ja, nice. Jetzt nochmal Intensität 8 rauskriegen. Das wäre zu heftig. Wäre dann 9. Ey, Mann. Ich nehme Anula Dick da erstmal raus. WS hat die Attacke Verfolgung am Start. Dann habe ich ein dickes Problem. Dann habe ich ein dickes Problem. Aha. Verfolgung ist nicht in der Haus. Okidoki, Magnetido. Das halten wir aus, oder? Nächstes haben wir 42 Kraftpunkte. 15 haben wir verloren. Einen Volltreffer könnte man noch aushalten. Direkt Donnershock. Ultraschall zieht nicht. Für mich hat das aber gerade so ausgesehen gehabt, als ob ich doch auf den Atemhaf drücken würde. Nein, das wäre unnötig und blöd. Ey, ey, ey. Pass mal auf. Ok, gut, gut. Alles klar. Nochmal und tschüssi. Ne? Oh, Top-Genesung. Hetzend. Das muss doch nicht sein. Paralyse. Ja. Ich finde das so lustig, wenn man das sagt und auf einmal ist die Paralyse wirklich am Start. Ok, ich glaube, hier lohnt es sich, einen Supertrank einzusetzen. Auch wenn das ein bisschen übertrieben ist. Nicht so schlimm. Es lohnt sich definitiv. Supertrank. Alles klar. Und nach diesem Part muss ich ein bisschen mehr trainieren als eben. Eigentlich hatte ich im vorletzten Part gesagt gehabt, wie ich die Pokémon trainieren möchte. Aber ich habe es doch nicht so weit gebracht. Ne, das Ding ist, ich kann auch schnell auf das Training hängenbleiben in der Anfangsphase. Und was bringt das, wenn ich, naja, viel zu stark dank bin? Dann kann man hier ein ganz normales LP machen. Aber ich möchte ja gerne eine Nasalock-Challenge machen. Daher möchte ich auch diese Challenge, also die Regeln, so stark es geht, berücksichtigen. Ok, Zobiris. 334 Erfahrungspunkte. Pflegen. Das kann ich gleich machen im Privaten. War kein Problem. Funkensprung. Alles klar. Funkensprung ist nice. Elektro-Heap, der das Ziel paralysieren kann. Ah, hau rein, Superschall. Du bist zwar eine sehr, sehr coole Attacke, aber mit einer Genauigkeit von 55 habe ich da des öfteren Erfahrungen gemacht, die mich gerade eher, ja, davon trennen oder mich daran hindern, jetzt diese Attacke weiterhin einzusetzen oder es überhaupt zu wollen. Es wächst so schnell heran, unglaublich. Ja, ganz besonders in einer Nasalock-Challenge, ne? Ihr habt ja schon einige Zähne immer wieder mal mitgekriegt, denke ich. Außerdem gibt es ja auch einige von euch, oder unter euch, die immer wieder mal Nasalock-Challenges machen. So, Kollege, was geht bei dir? Wenn du Route 5 folgst, gehst du irgendwann zum Plätscherhügel. Dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Okay, das bedeutet, wir werden erstmal Captain Tracy kennenlernen. Ja gut, Leute, hier ist die Route 5. Ich würde vorschlagen, dass wir hier einmal einen saftigen Cut machen und das Spiel abspeichern. Im nächsten Part geht es dann weiter. Hier auf der Route 5 und, hey, schaut euch einmal den Tutscreen an. Dort kann man schon das nächste Ziel sehen. Alles klar, Tracy wird also, ja, der nächste Captain sein. So wie es aussieht, hat sie sich auch auf den Typ Wasser spezialisiert, beziehungsweise festgelegt. Und mit Magnetido, ja, ich denke mit Magnetido können wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Figur abgeben. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute. Tschüss.